Das letzte Mal war ich dabei stehen geblieben, das Fachwerk für diese Wand auszuschneiden. Beim letzten Mal hatte ich ja das Fachwerk, also bei der letzten Wand das Fachwerk dafür verbogen, das möchte ich dieses Mal verhindern. Ich habe das Fachwerk für diese Wand auszuschneiden. Vielleicht sollte ich das noch etwas versäubern hier oben. So ein bisschen hatte ich die Hoffnung, dass das Ganze von selber halten würde. Tut es aber nicht. Also muss ich etwas nachhelfen. Also muss ich das noch etwas nachhelfen. Und dann sind hier noch Fensterliden angesagt. Drei Stück. 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 Drei Stück.